Die Einsätze, die wir hier leisten, sind hochinteressant, sie sind aber auch sehr anspruchsvoll. Interessant vom medizinischen her, von den vielen, vielen Krankheiten, die wir sehen, von der Art und Weise, wie man mit einfachen Mitteln, die hier auch gut behandeln kann. Sie sind interessant von den Einsichten in das Leben der Menschen, die unter ungeheuer schwierigen Bedingungen in Würde überleben.